Raumabhängig. Also das ist nicht wirklich zuverlässig, das Hören. Man sieht es auch daran, dass es extrem schwer ist, ein Hörerlebnis zu beschreiben. Also da muss man ja nur eine Hi-Fi-Zeitschrift aufmachen und den Test eines Lautsprechers irgendwie sich durchlesen, mit welchen Vokabeln da Klang beschrieben wird. Das ist ja schon etwas skurril. Also das Hören alleine ist sicherlich nicht geeignet, um wirklich objektiv zu beurteilen, wie ein Raum oder ein Lautsprecher in einem Raum sich verhält. Das ist der große Vorteil der Messung. Die Messung ist definitiv objektiv. Ich kann natürlich Messfehler machen, aber die Messung wird an jedem Tag unter den gleichen Voraussetzungen auch das gleiche Ergebnis liefern. Ich muss aber so ein bisschen aufpassen, weil ich bei einer Messung systembedingt immer an einer Position messe. Also als Mensch mit Ohren habe ich schon mal zwei Mikrofone links und rechts am Kopf und ich bewege mich noch, ich drehe mich im Raum, ich mache sowas wie so eine gleitende Mittelwertbildung und ich habe auch im Kopf eine neuronale Datenverarbeitung, die sehr viel natürlich noch macht mit dem, was dann Informationen reinkommt. Das ist bei einem Mikrofon anders. Da habe ich an einer einzigen Position die technischen Verhältnisse, die ich da messe. Man kann sich auch überlegen, was habe ich überhaupt für einen Anspruch? Also wie gut muss meine Abhörumgebung überhaupt sein? Brauche ich wirklich einen perfekten Raum, den perfekten Lautsprecher in einem perfekten Raum? Oder ist es nicht vielleicht auch so, dass mein Gehirn ja, weil ich auch vielleicht viel Höherfahrung habe, das total gut kompensieren kann, wenn es eben nicht perfekt ist? Und ich eigentlich in jedem Raum gut arbeiten kann, weil mein Gehirn sich darauf einstellt und meine Höherfahrung mir irgendwie die Möglichkeit bietet, trotzdem vernünftig zu arbeiten zu können. Und wie so oft im Leben liegt die Antwort sicherlich irgendwie in der Mitte. Es gibt keinen perfekten Raum, niemand hat einen und deswegen ist es auch nicht notwendig, einen zu haben. Aber einen Raum mit groben Fehlern macht es mir entweder unmöglich oder sehr schwer oder sehr anstrengend, und entspannt in so einem Raum dann zu arbeiten. Also ich habe auf jeden Fall immer einen Grundanspruch, wenn ich ernsthaft arbeiten möchte in einem Raum mit Ton, an die Akustik, an die Abhörsituation. Es gibt von Dan Vorrell ein sehr, sehr geiles Video, was ich euch empfehlen möchte. The perfect room getting mixes to translate, was da sehr kluge Gedanken zu dem Thema äußert. Das finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Okay, also das war sozusagen die Beantwortung oder der Versuch, die Frage zu beantworten, ob es Sinn macht zu messen. Wenn wir dann messen wollen, ist der nächste Punkt sehr einfach. Wir brauchen zum Messen ein Mikrofon. Da reicht wirklich ein einfaches, billiges Messmikrofon im ersten Step aus. Die Fehler, die der Lautsprecher und vor allem der Raum macht, an Nicht-Linearitäten, sind um Dimensionen größer als der Messfehler durch ein nicht-ideales Messmikrofon. Also man kann echt ein günstiges 50-Euro-Messmikrofon nehmen. Man sollte aber ein Messmikrofon nehmen, also ein kleines Mikrofon mit einer kleinen Kapseln und einer kugelförmigen Richtcharakteristik und nicht mit seinem Großkondensator messen. Das sollte man schon tun. Man braucht eine Software, die gibt es umsonst. Room EQ Wizard, REW, ist sicherlich die beliebteste, bekannteste, ist auch ganz toll. Ich benutze selber gerne Karma, ist ebenfalls umsonst, hat einen reduzierten Funktionsumfang, macht aber das, was sie macht, wie ich finde, übersichtlicher. Ich komme damit besser klar. Aber das liegt an mir. Das liegt nicht daran, dass die eine Software besser wäre als die andere. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Softwarelösungen, die auch umsonst sind oder als Shareware irgendwie erhältlich sind. Also man muss da nicht viel Geld ausgeben für eine Software. Ich brauche einen Rechner, klar, den denke ich, werden wir alle haben. Und ich brauche ein Audio-Interface, das werden wir auch alle haben. Also im Grunde ist meine einzige Investition in die Möglichkeit, selber messen zu können, Messmikrofon und Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das ging schnell. Die nächste Frage wäre dann, wie messe ich überhaupt? Also ich habe ja ein Mikrofon, wo stelle ich das hin? Die erste Position ist eigentlich immer die Abhörposition, also die Position, wo sich auch der Kopf befindet, wenn ich dann hinterher höre in dem Raum. Das ist auch natürlich. Ich würde dringend empfehlen, nicht nur an dieser einen Position zu messen, sondern auch andere Positionen auszuprobieren. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass man häufig zufällige Effekte hat an einer bestimmten Mikrofonposition, zum Beispiel eine Reflexion an irgendeiner Kante von einem Gerät auf einem Tisch, die ich aber an einer Mikrofonposition fünf Zentimeter daneben vielleicht nicht mehr habe. Und dann fange ich an, überzuinterpretieren, was ist das für ein Effekt? Der würde sich für mich als Mensch überhaupt nicht auswirken, weil ich eben zwei Ohren habe und mich bewege und das ausfiltere. Also das ist etwas, was messtechnisch richtig erkannt wurde vom System, aber nicht relevant ist. Deswegen auf jeden Fall mehr als nur eine Position ausprobieren. Der zweite Grund dafür, mehrere Mikrofonpositionen zu verwenden, ist der, dass man dadurch lernt, wie der Raum sich verhält. Wenn ich also mal ausprobiere, was passiert dann bei einer Position 25 Zentimeter weiter vorne oder weiter hinten, weiter links, weiter rechts, weiter oben, weiter unten, macht selten Sinn, aber ich kann es ja mal ausprobieren, werde ich dadurch mein Verständnis dafür, wie mein Raum sich verhält, sicherlich erhöhen. Ach so, genau, die Ausrichtung, da sieht man auch verschiedene Abbildungen. Ich messe immer so, dass die Kapsel meines Messmikrofons nach oben zeigt. Das mache ich deswegen, weil für mich am wichtigsten sind alle Dinge, die in der Hörebene passieren. Und die Richtcharakteristik dieses Mikrofons ist natürlich nicht perfekt kugelförmig. Das geht ja gar nicht. Ich habe ja auch irgendwie sowas Mikrofonschaft und so, das kann nicht sein. Also der Fehler aber, oder die Symmetrieachse wird so sein, dass in dieser Achse am wenigsten Abweichungen sind. Also da wird die kugelförmige Empfindlichkeit wirklich in guter Näherung eine Kugel oder eine Kreisbahn sein in diesem Fall. Und deswegen stelle ich mein Mikrofon so auf. Das ist der einzige Grund. Genau. Dann würde ich also mit meiner Messsoftware ein Testsignal generieren. Das ist meistens ein Sweep. Und den speise ich ein in meine Lautsprecher, in mein Pult vielleicht, oder ich gebe es direkt auf die Lautsprecher. Und ich würde dann den linken Lautsprecher messen. Ich würde den rechten Lautsprecher messen. Und ich würde auch beide zusammen messen. Also beide Kanäle aufsummiert messen. Und hätte dann sozusagen mal drei Messungen zumindest pro Position, die ich miteinander vergleiche. Das würde ich auch relativ konsequent machen. Und ich würde mir vor allen Dingen gut aufschreiben, was ich mache. Das wäre so der nächste Punkt. Es ist total wichtig, dass man gut dokumentiert, was man gerade misst. Und wie man das misst. Dann kommen wir ganz zum Schluss noch mal drauf. Aber natürlich muss die Mikrofonposition irgendwie notiert werden. Und es sollte auch irgendwie drinstehen, ob mein Fenster gerade geschlossen oder offen ist. Oder was weiß ich. Ist der Subwoofer an oder nicht? Ich sehe es vielleicht. Aber wenn ich mir... So rum vielleicht. So eine Messung ist ja kein Selbstzweck. Also ich messe ja, weiß ich nicht, der eine oder andere vielleicht schon. Aber man misst ja eigentlich nicht, um zu messen. Sondern man misst ja, um etwas über seinen Raum zu lernen und sich dann die Möglichkeit zu geben, irgendwie Fehler zu erkennen und Fehler vielleicht zu eliminieren oder zu reduzieren. Und das kann durchaus mal ein relativ langer Zeitraum sein. Und das kommt regelmäßig vor, gerade wenn man das nicht professionell macht, sondern nebenbei, ab und zu mal, kommt das durchaus vor, dass ich mir Messdaten von vor einem Jahr angucke und sage, Ja, aber da war das Problem nicht da. Das war viel geiler. Oder war das bei 500 Hertz nicht? Wieso denn? Und wenn ich dann Fotos habe von der Messsituation und vielleicht eine Beschreibung habe, dann komme ich vielleicht darauf, dass ich merke, wo war denn eigentlich... Wo liegt der Unterschied zwischen der Messung von vor einem Jahr und der Messung heute? Also eine gute Dokumentation ist wirklich wichtig. Ich bekomme häufig Messdaten, die Kunden selbst erstellt haben. Und das ist auch völlig okay. Aber es ist erschreckend häufig so, dass sie dann gar nicht genau wissen, welche Messung welche war. Und dann gibt es Messung 1 bis 1 bis 27 und dann ist 23 die beste. Aber was dann da bei 23 anders war, das war, glaube ich, die mit der offenen Tür. Aber ich weiß nicht mehr genau. Also das ist wichtig, finde ich. Okay. Wenn ich dann also gemessen habe und dann habe ich irgendwie Messergebnisse. Und die gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Das sind im Wesentlichen vier Gruppen. Frequenzgang, Impulsantwort, Wasserfall und Nachhaltzeit. Ich habe hier mal... Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe hier mal eine Messung eines Frequenzganges, eines Tonstudios. Das ist kein Weltklasse-Raum, aber das ist auch kein schlechter Raum. Und das, was wir hier sehen, ist die Monomessung 0,1m. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, weil das eine relativ dünne Kurve ist. Dann würde ich gleich... Das ist die Software Karma, die ich hier verwende. Wie gesagt, ich verwende die, weil ich die gut finde. Aber das ist kein Muss. Die hat die Möglichkeit, so Overplots, das kann REW ja so ähnlich aus, ein anderes Konzept, zu erstellen. Und dann ist es erst mal ein bisschen fetter, ein bisschen dicker. Und ich habe die Möglichkeit, andere Frequenzgänge im gleichen Bild eben darzustellen und mir anzugucken, was ich vergleichen möchte. Wenn ich mir das hier anschaue, dann habe ich also so etwas wie einen linearen Frequenzgang, der hier rüberläuft. Da komme ich in ein Loch. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Bei 10k fällt mein Frequenzgang ab. Das ist relativ einfach zu erklären. Das ist auch typisch. Das liegt einfach daran, dass das Messmikrofon nicht in der Mitte zwischen beiden Lautsprechern war. Da, wo es einen Distanzunterschied zwischen den Lautsprechern gibt, zum Mikrofon hin, ist dieser Distanzunterschied für eine bestimmte Frequenz so groß, dass es gerade eine halbe Wellenlänge ist. Dann ist der eine Lautsprecher, das Signal von dem einen Lautsprecher schon bei der negativen Halbwelle, während das Signal von dem weiter entfernten Lautsprecher noch auf der positiven Halbwelle ist. Und dann gibt es eine Auslöschung. Das ist also so etwas wie ein Kampffilter, nur nicht Originalsignal und Reflexion, sondern zwei Lautsprechersignale. Nee, kann ich nicht. Wenn es wirklich ein idealer Messraum wäre, wäre es eine komplette Auslöschung. Also wenn ich das Ganze jetzt in einem reflektionsarmen Raum machen würde, wo es keinen Raumeinfluss gäbe, dann wäre es ja nicht nur... 6 dB ist ja eine Halbierung des Pegels. Kommen wir in zwei Minuten drauf. Und da habe ich ja keine Halbierung des Pegels, sondern theoretisch eine Auslöschung auf nicht mal 0 dB, sondern minus unendlich dB, also auf 0 Pascal. Weil die sich perfekt auslöschen würden. Da kann ich nicht... Nein, das ist einfach der Effekt, dass beide Lautsprecher das gleiche Signal bekommen und der eine Lautsprecher für diese Mikrofonposition eine Phasendrehung sozusagen, 180 Grad Phasenverschiebung hat. Der Unterschied der Laufzeit entspricht einer halben Wellenlänge. Und dann gibt es eine Auslöschung. Und die wäre unendlich groß, wenn es ein perfekter Raum wäre und bei der Frequenz nicht auch noch Reflexionen da wären. Ich kann aufgrund des Pegelabfalls herausbekommen, wie groß mein Laufzahnunterschied ist. Das kann ich machen. Ich kann ja mal, das hätte ich jetzt sowieso als nächstes gemacht, mir meine Einzelsignale daneben stellen. Also das ist mein linker Lautsprecher und das ist mein rechter. Und wir sehen also, die haben hier diesen Pegelabfall nicht. Die haben so einen ganz langsamen Pegelabfall, aber die haben diese Auslöschung hier nicht. Also die sind beide okay, aber die Summe hat halt eben diese Auslöschung. Dann ist es ganz klar, das Mikrofon ist nicht perfekt in der Mitte. Ich sehe aber auch, und da sind wir bei Ihren 6 dB, dass wir einen Pegelunterschied haben. Das sind natürlich genau 6 dB, weil zwei kohärente Signale haben dann eben die doppelte Energie. Doppelte Energie, ein Logarithmus davon ist 0,3 mal 20 mal 0,3 sind 6 dB. Ich kann also mein Mittensignal, mein Monosignal mal um 6 dB absenken. Und dann sehen wir wunderbar, der linke und der rechte Lautsprecher, die liegen so in etwa im gleichen Pegelbereich. Und dann sehe ich auch, dass meine Abweichung zwischen beiden Signalen wirklich sehr gering ist. Also hier sehe ich oben, wie gesagt, die Auslöschung, dadurch, dass es nicht die Mitte ist. Aber da kann ich zum Beispiel jetzt schon mal daraus erkennen, meine Stereoabweichung ist gering. Also ich kann vermuten, wenn ich gar nichts weiß, das habe ich hoffentlich auch schon gehört, ich habe ein gutes Stereo-Bild. Also ich sitze in der Mitte und das funktioniert gut für mich. Ich kann mir aber auch noch mal anschauen, dass ich natürlich hier so Abweichungen habe. Also es ist ja kein perfekter Frequenzgang. Und da kann ich mir insbesondere mal den Bassbereich anschauen. Da zoome ich mal ran. Das ist jetzt der Bereich bis 200 Hertz. Und dann fällt mir auf, dass hier noch so eine Glättung steht. Also es ist jetzt geglättet auf eine Terz. Ich kann mal die Glättung komplett rausmachen. Das sind jetzt ungeglättete Daten. Und auch da sehe ich, das ist wirklich hier im Tiefpassbereich ein sehr, sehr guter Raum. Also das funktioniert wirklich gut. Hier gibt es dann so die erste kleine Abweichung. Aber wenn ich mir diese ungeglätteten Daten mal anschauen würde, weiß ich nicht, hier oben bei ein paar K, irgendwie 5K oder so, dann habe ich hier Ausreißer drin und Einbrüche drin, die ich aber als Mensch nicht höre. Also das Betrachten von ungeglätteten Daten ist nicht wirklich sinnvoll. Das Betrachten von zu stark geglätteten Daten klaut mir aber Informationen, weil ich die eben ausmittle durch die Glättung. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist eigentlich ein vernünftiger Kompromiss zwischen der Glättung, um irgendwie relevante Aussagen treffen zu können, die auch was mit dem zu tun haben, was ich höre, und einer ungeglätteten oder mit einem weniger stark geglätteten Ansicht, damit ich auch möglichst viele Informationen noch sehe. Typischerweise ist es so, dass wir im Bassbereich ungefähr mit einem Zwölfteloktave arbeiten und breitbandig, 200 Hertz vielleicht, ungefähr mit einer Terzglättung arbeiten. Aber das ist typisch. Man kann sich durchaus auch mal auf ein Sechsteloktave geglättete Daten obenrum anschauen, um zu gucken, ob es da vielleicht Kampffilter-Effekte gibt oder so. Aber es ist wichtig zu wissen, dass man fast immer geglättete Daten betrachtet, weil ungeglättete Daten einfach nicht zu viel Information bieten und wenig mit dem zu tun haben, was für unser Hören tatsächlich relevant ist. Oben steht hier Frequenzgang, Betrag und Phase. Das bedeutet, ich habe neben dem, was ich hier sehe, also der Phase des Signals, dem Betrag des Frequenzgangs, noch eine andere Größe. Das ist die Phase. Kann ich mal eben mit einschalten. Ich zeige mal wieder den gesamten Frequenzgang. So. Betrag und Phase. Ich würde mal behaupten, dass von den Menschen, die hier rumlaufen, wahrscheinlich so ein Drittel oder die Hälfte erklären können, was die Phase eigentlich wirklich richtig ist. Elektrotechnisch oder signaltheoretisch ist es eine Verzögerung des Messsignals, die aber interpretiert wird bezüglich der jeweiligen Frequenz, die ich betrachte, weil ich wissen will, entspricht diese Verzögerung, wie viel Periodendauer entspricht diese Verzögerung bei dieser Frequenz. Deswegen ist eine ideale Phase eine, die immer monoton abfallend ist. Das ist in einem realen System nie perfekt so. Und die Interpretation der gemessenen Phase in einem Regieraum mit einem realen Lautsprecher ist nicht einfach. Und wenn wir hier über DIY reden, würde ich sagen, das ist nicht das erste Thema, um das ich mich kümmern würde. Deswegen habe ich das in der Übersicht hier in Klammern gesetzt. Also ich würde mich nicht zuerst auf die Phase stürzen. Wenn ich wirklich weiß, was eine Phase ist, dann ist das eine wichtige, sinnvolle Information, die mir auch helfen kann, Fehler zu bemerken. Aber das Risiko ist groß, dass ich Dinge betrachte, die wenig Informationsgehalt haben, dahingehend, was kann ich eigentlich an meinem Raum ändern und verbessern, um dafür zu sorgen, dass es irgendwie besser funktioniert. Nach dem Frequenzbereich können wir uns natürlich den Zeitbereich angucken. Das heißt, wir schauen uns das Ganze an, nicht die Verteilung über der Frequenz, sondern gehen wir mal wieder hier auf die, ist doch nicht egal, wo wir hingehen, im Zeitbereich und das ist dann die Impulsantwort. Jetzt habe ich also nicht unten wie eben die Frequenzen von 20 Hertz bis 20 Kilohertz und nach oben in den Pegel, sondern von links nach rechts die Zeit. Das sind hier die ersten 50 Millisekunden des Signals. Und auch daran kann ich erkennen, dass der Raum ganz gut ist, weil ich sehe wenig. Ich sehe wenig Reflexionen. Es gibt kaum nennenswerte Reflexionen, die ich hier erkennen kann in der Impulsantwort. Ja, das ist die gleiche Messung. Entschuldigung, das hätte ich sagen können. Das ist die gleiche Messung, es ist nur auf unterschiedliche Arten interpretiert. Ich interpretiere ja hier jetzt bei den Darstellungen Wasserfall, Frequenzgang, Impulsantwort und auch nachher zeitgleich ist es immer die gleiche Messinformation, die nur unterschiedlich analysiert wird. Genau. Und ich kann hier halt mit meinem Cursor rüberlaufen. Ich habe in dieser Software hier unten rechts, weiß nicht, ob man es sehen kann, 2,80 Meter. Also wenn ich hier eine große Reflexion hätte, dann hätte die einen Umweg von 2,80 Meter gehabt. Wenn ich also meinen Lautsprecher 2 Meter von meinem Ohr entfernt habe, dann hätte dieser Schallstrahl 4,80 Meter Weg zurücklegen müssen. Und wenn ich da so eine starke Reflexion sehe, in der Impulsantwort, dann kann ich mich auf die Suche begeben. Dann kann ich sagen, okay, was könnte das sein? Wo habe ich jetzt die Möglichkeit von diesem Lautsprecher bis zum Mikrofon 4,80 Meter? Das könnte da die Tür sein. Das könnte passieren. Und dann bin ich in dem Modus, dass ich anfange, meine Messinformationen auch sinnvoll anzuwenden. Dann könnte ich zum Beispiel mal eine Wolldecke oder eine Matratze oder sowas vor diese Tür lehnen und könnte die Messung wiederholen. Und würde sehen, ach, passiert das nach wie vor? Habe ich nach wie vor die Reflexion da? Oder ist die verschwunden? Wenn sie verschwunden ist, weiß ich, das ist die Reflexionsstelle, kann mir Gedanken darüber machen, ob mich das in meinem Hören irgendwie beeinträchtigt, ob ich da einer Sache auf der Spur bin, die ich vielleicht schon gehört habe? Oder ich muss feststellen, die Tür war es nicht. Also die Tür ist okay, das ist nicht das Problem. Aber wo kommt diese Reflexion her? Das wäre so eine ganz pragmatische Herangehensweise, wenn ich meine Impulsantwort analysieren möchte. Das ist hier, aber gut. Hier vorne, das ist noch das Ausschwingverhalten des Lautsprechers. Der ist halt eben real. Ich glaube, es war auch ein Subwoofer dabei, wenn ich das recht erinnere. Und der schwingt halt einmal mal hin und zurück. Das dauert so ein bisschen, bis er dann fertig ist. Das ist also noch keine Reflexion. Hier sind so ein paar ganz kleine Geschichten, aber die brauche ich wirklich nicht überinterpretieren. Okay, Impulsantwort. Ich kann Reflexionen erkennen und ich kann sie zeitlich und damit dann auch räumlich zuordnen. Das ist für mich total wichtig als Tool, wenn ich bei einem Kunden bin und eine Messung mache, um herauszufinden, welche Reflexion passiert und welche stirbt nicht und wie werde ich die eigentlich los. Die nächste Analyse, das nächste Analyse-Tool wäre die Wasserfalldarstellung. Bei einer Wasserfalldarstellung ist es ähnlich wie im Frequenzgang. Ich habe wieder von links nach rechts die Frequenz von unten nach oben den Pegel, aber jetzt von hinten nach vorne die Zeit. Ich sehe also, wie sich mein Frequenzgang über der Zeit verändert. Das hier ist nur der Bassbereich bis 200 Millisekumen und das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil da passiert eigentlich nicht viel. Also der Raum ist gut, der schwingt gleichmäßig aus. Wir konnten uns das eigentlich auch schon vorstellen, als wir den Frequenzgang gesehen haben in dem Bereich, der sehr, sehr glatt und gerade ist. Also der Raum funktioniert. Ich habe deswegen mal eine andere Messung noch mitgebracht. Das ist ein leerer Raum, der noch kein Treatment hat und aus dem noch ein Studio entstehen soll. Und der hat nun ganz nennenswert große, deutliche, markante Stellen im Wasserfalldiagramm. Und diese Höhenzüge, die wir da sehen, das sind Hinweise darauf, dass es starke Raumresonanzen, sogenannte Eigenmoden gibt. Das Thema Eigenmoden ist mindestens einen zweiten Workshop wert. Das sind Raumresonanzen, die das Bassverhalten eines Raumes dominieren. Nicht als einziger Effekt, aber als sehr wichtiger oder der wichtigste Effekt. Und die kann ich mit dieser Darstellung im Wasserfalldiagramm sehr leicht identifizieren. Also wenn ich eine Messung mache, Lautsprecher im Raum, Wasserfall, und ich sehe solche Wellenberge, solche Bergkämme hier, dann sind das Frequenzen, bei denen ich relativ genau nachschauen sollte, was da eigentlich los ist. Dann passiert was. Ich habe der Raum, in dem wir hier gemessen haben, sieht so aus. Es ist ein leerer Raum, es ist ein Kellerraum. Da habe ich dokumentiert, wo das Mikrofon steht, anständig und ordentlich und wie ich gemessen habe. Und der hat hinten über so einen Durchgang so einen angekoppelten zweiten Raum. Das ist natürlich ziemlich schwierig. Also das ist kein quadrafilmiger Raum, sondern das sind zwei Räume mit einem offenen Durchgang dazwischen. Und das ist kompliziert. Und hinten sind so Schiebetüren. Hier sieht man so einen Schrank oder Schrank mit Türen. Und wir haben bei der Messung mal herausfinden wollen, was passiert eigentlich, wenn wir diese Türen öffnen und schließen. Deswegen haben wir zwei Messungen gemacht, mit geschlossenen Türen und mit geöffneten Türen. Und wir sehen sofort, passiert deutlich etwas. Also es gibt auf jeden Fall Resonanzen, die sich verändern, wenn ich diese Türen öffne oder wenn ich sie schließe. Das war für uns die Information in dem hinteren Bereich. Da wird auf jeden Fall noch Schallenergie hintransportiert und da würde es sich noch lohnen, Bassabsorber unterzubringen vielleicht. Das war die Idee. Wenn ich mir jetzt anfange, genau Gedanken darüber zu machen, welche physikalischen Effekte eigentlich passieren in diesem Raum, damit ich so etwas sehe, dann kann ich mal anfangen zu rechnen und vielleicht kommt noch noch darauf, ich bin hier bei einer Frequenz von 65 Hertz, gucke mir mal den Raum an und tue mal so, als wenn es ein quadraförmiger Raum wäre und dann komme ich auf so etwas, auf die zweite Längsmode. Also das ist die Draufsicht auf den Raum, hier die zukünftige Abhörposition, hier ist dieser Durchgang und wenn ich so tue, als wenn das ein großer Raum wäre, der komplett von vorne nach hinten gleich läuft, dann wäre das die zweite Längsmode. Das, was hier also so etwas stärker dargestellt ist, sind die Druckpunkte im Raum. Und die Wahrheit, die Realität ist aber sehr viel komplexer. Also wir haben diesen Raum simuliert mit einer Software, die wir einsetzen, um das Schallfeld in beliebigen Räumen simulieren zu können, was für uns eine ganz tolle Waffe ist, um zu verstehen, was in einem Raum passiert. Und das ist das, was wir tatsächlich gemessen haben. Also dunkle Stellen, sehr hoher Schalldruck und hier in der Mitte, diese gelben Bereiche, sind also Stellen, die sehr viel weniger Schalldruck haben. Wer sich mit Moden auskennt, wird sagen, ja, das ist ungefähr eine 1-1-0-Mode hier vorne. Aber hier hinten, das ist irgendwie auch immer noch so angebunden oder auch nicht. Das ist also, es ist komisch. Und wenn ich mir das Ganze bei einer anderen Frequenz angucke, das sind jetzt 46,5 Hertz. Das sehen wir, ja, da sehen wir das noch ein bisschen. Wenn ich aber meine Tür öffne, dann sehe ich es ein bisschen stärker. So, dieser Bereich. Bei der Frequenz bildet sich so ein Schlauch aus, wo ich eine Auslöschung habe, der so f-förmig einmal durch den Raum läuft. Wenn ich mal ganz tiefe Frequenzen angucke, 20 Hertz, dann ist es wirklich vorne, hinten. Dann ist es ähnlich wie ein Quader. Das ist nochmal eine höhere Frequenz, 90 Hertz, die hier oben liegt. Da, was ich da sehe, glaube, da war es auch ein bisschen vorhanden. Dann habe ich also so eine, so eine wirklich komplexe Darstellung. Das sind keine Messdaten, das sind Simulationsdaten. Aber es gibt mir einen guten Eindruck davon, dass die Wirklichkeit, die ich in diesem komplexen System habe, in dem ein Lautsprecher in einem realen Raum Musik abspielt, die ist wirklich technisch, physikalisch kompliziert. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich an einer Stelle hier jetzt ein Messmikrofon rein stelle und so etwas messe und daraus dann ableiten zu wollen, genau zu verstehen zu wollen, was in dem Raum physikalisch passiert, ist extrem schwierig. Also ich gucke sozusagen auf eine so eine Insel in so einem Bikini-Atoll und habe aber keine Ahnung, wie der Pazifik eigentlich aussieht gerade so. So ist das so ein bisschen. Ich habe also eine sehr selektive Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz ist diese Darstellung des Wasserfallverhaltens an der Abhörposition ein sehr wichtiges Tool, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht mein Raum im Bassbereich? Und was sind die Stellen, an denen ich vielleicht suchen kann und wo ich dann genauer nochmal nachgucke und versuche eine Erklärung dafür zu finden, dass der eben bei, weiß ich nicht, 65 Hertz, wie wir gesehen haben, sich komisch verhält? Was kann das sein? Die vierte Analyse-Methode und die letzte, die ich hier besprechen möchte, ist die Nachhaltzeit. Das ist vielleicht ja so die bekannteste akustische Größe, die man so betrachtet, die man so kennt. Wenn ich mir da vielleicht nochmal meinen Breitbanding-Raum angucke, kann ich mir die Nachhaltzeit anschauen und das ist das, was ich ausrechne. Also hier unten diese lila Kurve, das ist die berechnete Nachhaltzeit, dieses fertigen Regieraumes. Die schwarzen Kurven hier stellen so einen Toleranzbereich dar nach einer EBU, European Broadcast Union, Richtlinie, für einen Regieraum dieser Größe. Und daran muss man sich nicht halten und es ist auch, ich würde mal sagen, best practice, sich eher an der unteren Schwelle zu orientieren, als an der oberen. Also so wie dieser Raum ist, dass der eine Nachhaltzeit hat, gerade wenn der Raum klein ist, die ist halt glaube ich 70 Kubikmeter, genau, also nicht besonders groß. Da macht das Sinn, dass sich die Nachhaltzeit dieses Raumes an dem unteren Bereich dieser Norm orientiert. Aber was halt schön ist und was wichtig ist, ich kann die hier mal rausnehmen, da sieht man es besser, was wichtig und schön ist, ist, dass die Nachhaltzeit relativ gleichmäßig verläuft über der Frequenz. Also ich möchte Räume vermeiden, die eine starke Färbung haben, eine starke tonale Färbung haben, dadurch, dass bestimmte Frequenzbereiche sehr viel länger nachschwingen als andere. Das gilt für Regieräume, das gilt noch viel stärker natürlich für Aufnahmeräume, die ja wirklich, wo ja der Raum selber Teil des Klangprozesses, des kreativen Prozesses wird sozusagen. Aber das gilt für Regieräume natürlich auch. Regieräume sollen neutral und am besten gar nicht klingen. Die sollen mir das zum Klingen bringen, was ein Audiomaterial auf der Festplatte ist. Aber natürlich soll ein Regieraum nicht komplett tot sein. Wir sind keine Mischmaschinen, sondern wir haben ja irgendwie, wir sind ja Menschen, wir wollen uns wohlfühlen dabei, wenn wir arbeiten in einem Raum. Das heißt, eine bestimmte Antwort des Raumes brauchen wir, damit es natürlich klingt, damit wir auch intuitiv richtige, passende Mischentscheidungen treffen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Nachhaltzeit niedrig ist und die Nachhaltzeit sollte gleichmäßig sein über der Frequenz. Sie braucht aber nicht notwendigerweise genau dieser EBU-Norm zu entsprechen oder irgendeiner anderen Richtlinie. Also ich habe schon viele Räume gesehen, die fürchterlich klingen, aber diese Anforderungen erfüllen und habe viele fantastische Räume kennengelernt, die diesen Anforderungen nicht entsprechen. Also das ist für mich, ich würde es so drehen, das ist für mich kein Design-Kriterium. Ich baue nicht einen Regieraum, damit er eine bestimmte Nachhaltzeit hat, sondern wenn ich einen Regieraum baue, dann hat der sozusagen automatisch hinterher, wenn ich alle anderen Dinge gemacht habe, reflektionsfreie Zone, Bassabsorber, Flutter-Echos, Behoben und so weiter, dann hat der ohnehin eine Regie, eine Nachhaltzeit, die in einem sinnvollen Bereich liegt für eine Regie. Dodica-Eder versus Studi-Lautsprecher steht da noch, genau. Das ist eine Kleinigkeit, ist ein bisschen spitz, finde ich vielleicht, aber die Nachhaltzeit, die man üblicherweise misst, die misst man mit einem kugelförmigen Lautsprecher, das ist dieser Dodica-Eder, der so viele einzelne Lautsprecher an seiner Oberfläche hat, das ist die echte, die richtige Nachhaltzeit nach der Norm, die ich damit messe. Hier messe ich ja an einer Position mit einem Regie-Lautsprecher, der gerichtet ist, eine Nachhaltzeit, oder ich messe die Schallübertragung und interpretiere das als Nachhaltzeit. Da kommt nicht das Gleiche dabei heraus. Aber es ist trotzdem wichtig, dass auch bei der Interpretation dieser Daten als Nachhaltzeit ein möglichst flacher, ebenmäßiger Verlauf der Nachhaltzeit herauskommt. Okay. Das war der Hauptteil. Das war das, was ich messe. Wenn wir uns das jetzt zusammen anschauen, dann als Fazit würde ich sagen, es gibt vier Punkte, die ich herausgesucht habe, vier Empfehlungen. Die eine war wirklich gut zu dokumentieren. Lautsprecherposition, Mikrofomposition, Raumeigenschaften, Subwoofer und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Die zweite Empfehlung wäre immer, nicht nur zu messen, sondern auch zu hören. Also zu versuchen, kann ich das messen, was ich höre, kann ich das hören, was ich messe. Das wahrgenommene Hören, versuchen in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was ich physikalisch, technisch, messtechnisch ermitteln kann. Wenn mir das gelingt, dann ist die Messtechnik ein vernünftiges Werkzeug dafür, den Raum so zu optimieren, dass es für mich von meinem Höreindruck her, von meiner Nutzung als Hörraum sinnvoll ist. War das ein vernünftiger Satz? Ich hoffe es sehr. Und gerne das nicht alleine machen. Also gerne jemanden dazu bitten. Häufig wird man betriebsblind. Gerne ein, zwei Leute dazu bitten und sagen, bring mal eure Referenz-Tracks mit. Lasst uns das mal ausprobieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich das und das mache, ist das besser, aber irgendwie Stereo ist dann schlechter. Seht ihr das auch so? Also wirklich sich ein bisschen nerdig, Sachen aufschreiben und konzentriert und mit Zeit und Ruhe und einer Tasse Kaffee oder was weiß ich an die Sache rangehen. Das wäre die zweite Empfehlung. Die dritte Empfehlung hatten wir auch schon, dass man nicht nur eine Messung macht, wo zufällige Effekte unter Umständen überinterpretiert werden könnten, sondern mehrere Messungen macht und guckt, gibt es da die große Linie, die sich durch alle Einzelmessungen zieht und die für mich interessant ist. Und diese große Linie ist eigentlich auch der wichtige Punkt bei der vierten Empfehlung, dass man also nicht überinterpretiert und dass man nicht ungeglättete Daten bei einem Kilohertz anguckt und sagt, da müsste man noch ein bisschen so und da ist noch ein halbes dB weniger. Das ist nicht relevant, sondern der Blick aufs große Ganze. Ist der Raum, ist das im Grunde, ist der Frequenzgang einigermaßen glatt und wo sind meine größten drei Baustellen und sich darum zu kümmern. Ich kenne viele, viele Studiobetreiber, die da selbst messen und auch selbst bauen, die aus diesem Reparaturmodus gar nicht rauskommen und gar nicht zum Musikmachen kommen, weil sie immer noch dabei sind, irgendwie da noch hinten an der Tür unten rechts da so ein Viertel Quadratmeter irgendwie zu optimieren. Das bringt wenig. Sondern den Blick aufs große Ganze, auch vielleicht emotional, eine bestimmte Phase, eine bestimmte Zeit, weiß ich nicht, einen Monat oder ein Jahr zur Optimierung vorsehen und dann hinterher es aber auch gut sein lassen. Dann zu sagen, okay, jetzt habe ich das aus meinem Raum gemacht, was ich machen kann und dann ist gut und dann benutze ich den und dann arbeite ich. Und das ist das, was wir zu Anfang hatten, Dan Worrell. unser Gehirn ist da ein sehr mächtiges Tool und kann auch in einem kompromissbehafteten Raum wirklich gute Arbeit leisten. Das ist nicht so, dass wir perfekte Räume bräuchten. Genau. Und dann würde ich sagen, ist das Messen auf jeden Fall sinnvoll als Ergänzung des Hörens, nicht als Ersatz, sondern eben als Teil des Ganzen. Wenn man an seinem Raum etwas macht, Lautsprecherposition optimiert, Raumakustik optimiert, wie auch immer, sollte man das immer auf jeden Fall begleiten durch Messungen, weil man das allein durch Hören als normaler Mensch nicht hinkriegt. Ich kriege es auch nicht hin. Und man sollte im Hinterkopf behalten, dass ein wirkliches, echtes Verständnis für das, was da raumakustisch passiert, wahrscheinlich wirklich dann den Profis vorbehalten bleibt. Und auch wir schaffen das nicht. immer. Wir haben durchaus Räume, wo wir sagen, ja, das ist auch echt verrückt, dass das immer noch so und so und dies und jenes. Also das ist nicht so, dass das eine Wissenschaft wäre, wo wir bis auf die zehnte Stelle nach dem Komma genau prognostizieren können, da und da wird dies und jenes dabei herauskommen. Das ist leider nicht so. Okay, das war's. Ich hoffe, ich war allermaßen im Zeitplan und würde mich freuen, wenn wir noch Zeit hätten. Fragen zu beantworten. Wie wichtig ist die Lautstärke dieser Testhöhle bei der Messergebnisse? Ist das egal? Ganz egal ist es nicht. Es gibt ja so einen linearen Bereich, bei sehr tiefen und sehr, also sehr, sehr geringen und sehr hohen Lautstärken funktioniert das nicht mehr gut. Aber in dem mittleren Bereich, linearen Bereich, ist es egal. Also ich würde eine Lautstärke einstellen, die so ungefähr der Abhörlautstärke entspricht. Aber das Messsystem meckert dann, wenn die Auflösung nicht mehr stimmt, wenn man beim Mikrofon Preamp drehen muss, klar, damit die Bits voll werden, aber es ist nicht entscheidend. Ist eine Alternative, macht man aber nicht mehr. Die Auflösung ist geringer, ist so ein bisschen oldschool, würde ich sagen. Funktioniert im Grunde ähnlich. Bitte? Ja, es hat natürlich auch wie viele oldschool Approaches den Vorteil, dass man sich dann ganz natürlich auf die große Linie beschränkt, weil man die Details dann gar nicht sehen kann. Geht theoretisch genauso. Da vorne ist noch eine Frage? Bitte nicht einfach reinreden, sondern ins Mikrofon sprechen, dann ist es für die Gäste im Livestream auch, sind die Fragen. Also, ja, das verstehe ich. Eine Frage zu dem Kugel-Lautsprecher. Ja. Und zwar, ob man so pauschal sagen kann, dass wenn man damit misst im Vergleich zu den Speakern, dass dann die Nachhaltszeit eher länger in der Messung erscheint oder kürzer oder woherin die sich größenordnungsmäßig unterscheiden dann die beiden Messungen. Muss ich mal eben nachdenken. In einem Regie-Raum, der stark absorbierend ist, wird die Nachhaltszeit mit einem kugelförmigen Lautsprecher wahrscheinlich eher geringer sein, weil der mehr Energie dann an Wandbegrenzung bringt, wo üblicherweise dann Absorber sind. Ich hatte nur kurz eine Frage zu dem Sweep. In welchem Frequenzbereich ist der? Das macht die Software eigentlich immer selbst. Wenn man nichts weiter einstellt, läuft der wirklich von ich weiß nicht, 0 Hertz bis 20, 20 bis 20 oder so. Und die Messung geht auch relativ schnell, also dauert dann zwei Sekunden oder so, sodass man das meistens auch dabei belässt. Man kann bei REW, die Software, die hat wirklich sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten, da kann man auch den Sweep begrenzen, dass man sagt, ich mache jetzt nur einen langsamen Sweep von 20 Hertz bis 200 Hertz zum Beispiel, das geht. Aber meistens ist es nicht notwendig. Hier vorn. Hallo, ich habe eine Frage zur Nachheilzeit in Ihrem Beispiel mit dem Raum. Ich gehe mal davon aus, es ist der Kellerraum. Haben Sie, glaube ich, eine Nachheilzeit zwischen 0,2 und 0,3? Sehe ich das da richtig? Das sehen Sie richtig, das ist aber nicht der Kellerraum, das ist das fertige Studio. Alles klar. Nein, das ist das fertige Studio. In dem Kellerraum habe ich auch nur, wenn wir uns den Frequenzbereich, das kann er gar nicht berechnen, da habe ich nämlich nur mit einem Subwoofer gemessen. Da sieht der Frequenzgang so aus. Und da kann, ja, das wäre auch merkwürdig gewesen, in der Tat. Ja, genau. Zu dem Sweep, verlässt man selber den Raum und wird das dann zeitverzögert oder ist das eigentlich marginal der Unterschied, weil man selber, ich absorbier jetzt auch irgendwie, oder bleibt man in der Abhörposition? Im Winter mit einem Pulli ein bisschen mehr als im Sommer. Oder bleibe ich an der Abhörposition und platziere das Mikro dann irgendwie mit oder ist das lustig? Also an der Abhörposition bleiben würde ich nicht. Ich würde schon versuchen, ich bleibe üblicherweise im Raum, aber ich versuche, dem Schallstrahl nicht im Weg zu sein. Das ist ja klar, wenn ich mich jetzt, wenn ich da messe, dann kann ich mich nicht hier in den Weg stellen. Das ist logisch. Ich würde aber auch versuchen, so typische Reflexionsstellen, also wenn hier jetzt eine Wand wäre und ich würde den linken Lautsprecher messen, dann kann der linke Lautsprecher ja hier eine Reflexion erfahren für die Abhörposition. Dann würde ich mich auch hier nicht hinstellen, sondern würde ich mich dann hinten weiter wegstellen, sodass ich hoffentlich unverfänglich bin. Aber das kann natürlich mal schief gehen. Das habe ich auch schon gehabt, dass es eine Reflexion an der Tür gab und ich mich während der Messung immer in diese Tür in der Nische gestellt habe, bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass das gar keine gute Idee ist. Man kann auch vielleicht dann in die Hocke gehen. Klassische Abhörhöhe ist ja so ein Meter zwanzig und wenn ich dann unter 90 Zentimeter mich, ja, wenn es kritisch ist und der Raum sehr klein ist, kann das schon einen Unterschied machen. Ich traue mich auch mal. So, man misst ja den leeren Raum erst mal. Was passiert dann, wenn man die Akustikmodule abgestimmt hat und später noch Möbel reinkommt? Es verändert sich. Und wie stark es sich verändert, dafür ist ja genau die Messtechnik oder die Messmöglichkeit, eine Methode, um herauszufinden, wie stark ändert sich das eigentlich. Habe ich das Gefühl, der Raum klingt ganz anders, weil jetzt das Regal da hinten steht, trügt das Gefühl oder ist das wirklich so? Da sehe ich auch einen signifikanten Unterschied in den Messdaten. Genau dafür könnte man ja hervorragend eine Messung verwenden. Weil ich hatte mal die Erfahrung gehabt, ich habe mal mit Helmholtz-Resonator experimentiert und nachdem man den ins Zimmer reingebracht hat, hat sich die Mode auch verschoben. Ja, das kann passieren. Ein Helmholtz-Resonator ist ja schallhart für alle anderen Frequenzen außer seiner Resonanzfrequenz. und wenn ich, also sagen wir mal, ich habe einen Raum, der ist 3,50 Meter lang, also relativ kurz und ich stelle dann einen 50 Zentimeter dicken Helmholtz-Resonator vorne hin, dann ist ja zwischen der Front des Helmholtz-Resonators und der Rückwand auf einmal nur noch 3 Meter. Okay, was machen wir, wenn wir jetzt sagen, du messt den Raum aus, sagst, hier ist das Problem, hier ist das Problem und ich lasse die Sachen bei dir anfertigen lassen und dann schickst du sie mir und dann stelle ich das auf und dann verschiebt sich das ja alles oder nicht? Sehe ich das falsch? Wenn es, genau, wenn es ein Helmholtz-Resonator wäre, dann besteht das Risiko, dass es sich verschiebt. Also das heißt, man müsste den vor Ort tun dann? Nee, das bedeutet, dass man sich überlegen muss, ob ein Helmholtz-Resonator dann in dem Raum, das richtige Werkzeug ist. Okay. Das ist einer der vielen Nachteile von Helmholtz-Resonatoren. Helmholtz-Resonatoren sind totale Dieven. Das ist wie so ein Ferrari, der immer absäuft, wenn man nicht richtig Gassenkupplung beherrscht und schluckt Sprit ohne Ende, weil es braucht also viel Platz. Der hat nur einen einzigen großen Vorteil. Ich kann wirklich bei wenig Platz den sehr, sehr tief abstimmen. Also ich kann eine 22,5 Hertz Bassfalle mit dem Helmholtz-Resonator bauen. Und wenn ich das wirklich unbedingt brauche, muss ich vielleicht einen Helmholtz-Resonator nehmen und muss mir halt über die Konsequenzen dann klar werden. Aber das ist ja was, was alles nichts mit Messtechnik zu tun hat, sondern mit Akustikplanung dann an der Stelle. Das ist ja, die Messtechnik ist ja ein Werkzeug, um solche Effekte vielleicht zum Beispiel festzustellen. Also wenn ich, ich würde es so drehen, damit wir so zurück zum Thema finden, wenn ich einen Helmholtz-Resonator eingebaut habe, so gebaut und eingebaut habe und feststelle, das funktioniert nicht. Irgendwie, es dröhnt immer noch oder es dröhnt anders, aber es stört mich auch. Dann kann ich Messtechnik bemühen, um zu versuchen, zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Dankeschön. Sehr gerne. Also ich bin sicher, wenn Markus dir die Module für deinen Raum schickt, dann verschiebt sich nichts. Dann wird alles besser. Ich hoffe es. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage zu, ich habe jetzt öfter was gelesen von so aktiven Bassabsorbern. Was ist denn davon zu halten aus deiner Sicht? Grundsätzlich viel. Also da gibt es, also es gibt ein Produkt, was es auch hier auf der Messe gibt, den Ava von PSI. Das ist ein sehr cleveres Produkt, was natürlich keine Wundertaten vollbringen kann. Es bewegt sich innerhalb der Grenzen der Physik. Aber es funktioniert gut. Es hat den großen Vorteil, dass es bei einer relativ kleinen Bauform relativ viel Wirkung hat. Es ist allerdings auch nicht die preisgünstigste Art und Weise, um Bässe zu absorbieren. Muss man auch dazu sagen. Aber es ist wirklich, es ist eine tolle Ergänzung zu den passiven Bassfallen, die es so auf dem Markt gibt. Es gibt dann noch Techniken, die mit Kompensationssubwoofern arbeiten, wo also sozusagen versucht wird, virtuell ein Loch in eine Rückwand zu bauen. Das haben wir auch schon mal gemacht, erfolgreich bei einem Projekt. Aber das würde ich sagen, ist noch so ein bisschen Beta. Also das ist noch nicht so, dass das, also wir können das nicht und ich kenne auch keinen, der das kann, der das wirklich als Produkt so fertig anbieten kann. Und es wird nach wie vor, würde ich sagen, 95 Prozent der Bassabsorptionen findet wirklich ganz klassisch über passive Bassabsorber. also breitbandige Bassfallen, Plattenschwinger, Helmholtz-Resonatoren statt. Wobei Folienabsorber dann auch Plattenschwinger werden. Aber es ist total spannend und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren da auch noch mehr sehen in dem Bereich. Würde mich freuen. Dann würde ich sagen... Was hältst du von Sona Reference und ähnlichen Softwarelösungen? Ja, also... Ganz ehrlich, ohne... Ja, natürlich ganz ehrlich, ich bin immer ganz ehrlich, ist ja wirklich klar. Also, ich habe nichts dagegen, einen Raum, also Sona Works oder so, ist ja eines von vielen Produkten und Trindorf ist vielleicht am anderen Ende der Nahrungskette dann, um den Raum zu entfernen. Dahinter steht ja die Idee, dass wenn jetzt mein Raum in einem bestimmten Frequenzbereich ein Loch hat, dass ich dann mehr Energie in die Lautsprecher gebe, damit an der Abhörposition auch mehr ankommt. Und das ist genau der Fall, der vielleicht weniger gut funktioniert. Besser funktioniert es in der Regel, dass ich weniger Energie in die Lautsprecher gebe in Frequenzbereichen, in denen an der Abhörposition etwas zu viel ankommt. Also, ich so in so einer Vorwegnahme, so den gegenteiligen Fehler sozusagen raufbaue. Das macht man schon seit Jahrzehnten und das funktioniert auch grundsätzlich. Mein Problem mit den automatisch einmessenden Systemen ist, dass die häufig zu viel tun und dass die natürlich blöd sind, weil sie den Raum nicht kennen können. Also, wenn da funktioniert das so, dass diese Messdaten vom System selber gemacht werden, wenn es so da wirkt, oder Genelec hat es in den Lautsprechern drin, oder Neumann oder wie auch immer. Und dann wird es analysiert und dann sieht man, ah, guck mal hier, da in dem Frequenzbereich, da haben wir jetzt ein bisschen viel, also gehen wir da ein bisschen weniger. Und dann muss der Algorithmus schon ziemlich clever sein, damit er erkennt, ach, das ist nur bei dieser einen Messung so, weil da ein zufälliger Effekt ist. Oder es macht keinen Sinn, in einem Loch Energie hinzuzufügen, weil wenn es eine Auslöschung ist, weil wenn ich eine Auslöschung habe und mehr Energie reinbringe, dann habe ich links und rechts davon, das ist jetzt räumlich gesehen, also 20 Zentimeter davor oder zwei Meter davor, dröhnt es noch viel schlimmer, aber an der Auslöschungsstelle ist es immer noch eine Auslöschung, weil es ist zwar 10 dB mehr, aber die Auslöschung ist ja auch 10 dB stärker dann. Dann bringt es also nichts. Also das ist häufig mein Problem mit automatisch einmessenden Systemen. Ich wünsche mir so etwas, also ich mache das natürlich gerne selber und dann nehme ich auch in der Regel nur die wichtigsten drei bis fünf, sechs Frequenzen, mehr nicht und dann ist das Ergebnis auch gut. Ich würde mir wünschen, dass diese, das ist ein Appell auch durchaus, liebe, liebe, liebe Hersteller, baut Profi-Knöpfe ein, sodass man wirklich dann bei so einem SonaWorks optimierten Verfahren sagen kann, okay, ich finde das gut, aber an der Stelle ist das, bist du über das Ziel hinausgeschossen oder ich möchte, das können Sie ja teilweise schon, keine Optimierung über 300 Hertz oder ich möchte insgesamt weniger Optimierung, ich möchte gerne weniger Korrektur, weil auch das stellt man häufig fest, dass ein linear, flach gemessener Frequenzgang nicht richtig ist, sondern dass in der Regel vom Höreindruck her ein Frequenzgang, der von seinen ursprünglichen Linearitäten, Nicht-Linearitäten noch Artefakte hat, sich richtiger anhört. Das ist auch nochmal ein sehr interessantes psychologisches, psychoakustisches Phänomen. Aber deswegen wünsche ich mir da einen Profi-Knopf und letzte Anmerkung, ich würde immer, und das tun leider immer noch viel zu wenige, ich würde immer den linken und den rechten Kanal gleich entfernen. Ich hatte bei SonaWorks mal so ein Erlebnis, dass ein Kunde damit experimentiert hat und nicht wusste, dass die SonaWorks-Einstellungen noch im System waren, irgendwie in den Audio-Treibern dann oder im System, da kenne ich mich nicht so gut aus, waren die noch drin. Und wir haben immer mit dieser SonaWorks-Korrektur gemessen, ohne es zu wissen. Und der Lautsprecher hat sich ganz gut gemessen, aber es gab kein Stereo-Bild, keine Phantommitte. Das war weg. Und da stellte sich raus, dass der linke und der rechte Lautsprecher anders entfernt werden. Wenn ich am Pegel etwas ändere, ändere ich auch was an der Phase. Also haben meine linken und rechten Lautsprechersignale unterschiedliche Phasenlagen gehabt und damit fiel das in sich zusammen. Und als wir das deaktiviert haben, das war ein toller Barefoot-Lautsprecher, richtig klasse, war auf einmal das Stereo-Bild wieder da und das war so eine knackige Phantommitte, wie man sie sich vorstellt. Und das ist so. Dankeschön. Gerne. Noch Fragen? Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und mir die Zeit gegeben habt. Ich wünsche euch noch eine geile Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass wir alle präsent wieder zusammen sind. Hervorragend. Danke. Tschüss. Entschuldigung.